Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DRF-Spezial. Startschuss der Intersolar in München. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Dr. Henning Wicht, Chefanalyst Photovoltaik bei iSupply. Herr Dr. Wicht, die Intersolar ist die weltgrößte Fachmesse für Solarenergie. Welche neuen Entwicklungen gibt es denn in diesem Jahr? Ja, also auch wir freuen uns auf die Intersolar jetzt wieder in München. Ich denke, in diesem Jahr wird insbesondere spannend, Energie-Management-Systeme, Monitoring-Systeme für Solaranlagen, sowie auch neue Montagetechniken. Schauen wir mal auf den Handelsstreit, auf den Solarstreit zwischen China und der EU. Der eskaliert ja so langsam. In sechs Monaten steht dann eine Abstimmung der einzelnen Länder in Europa zu den Schutzzöllen an. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie da? Also ganz konkret, das Thema beschäftigt die Branche natürlich schon seit Anfang des Jahres. Und die aktuelle Entscheidung, dass nämlich ab 6. oder 5. Juni 11,8 Prozent Zoll auf chinesische Module jetzt bis Anfang August erhoben werden, das ist ein erster Schritt in der Diskussion. Der Schritt ist noch verkraftbar für alle Parteien. Das heißt, die ganze Zulieferkette und die Vertriebswege werden im Moment so weiterlaufen. Aber es zeigt auch, dass die EU hier Position bezieht. Zu welchem Ergebnis es in sechs Monaten kommen wird, wenn dann über den endgültigen Tarif abgestimmt wird, kann ich heute auch nur spekulieren. Ich hoffe, dass aus europäischer Sicht hier die EU und ihre Mitgliedsländer an einem Strang ziehen. Nicht, dass es jedes Land seine Partikularinteressen vertritt. Aus chinesischer Sicht muss man fairerweise sagen, wäre natürlich niedrigere Zölle wünschenswert. Würden denn die hohen Strafzölle wirklich den europäischen Solarherstellern helfen, wieder dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein? Oder ist es doch nur ein kurzer Aufschub? Ja, die Branche ist auch in Europa im Umstrukturieren. Das heißt, man muss sich überlegen, an welchem Teil der Wertschöpfungskette möchte ich partizipieren, wo möchte ich teilnehmen, wo kann ich Werte generieren. Es ist klar, die Modulproduktion als solche ist ein Commodity-Geschäft. Hier werden keine riesigen Margen zu erwarten sein. Ich denke, das haben viele europäische Hersteller verstanden und gehen nun starker ins Systemgeschäft. Insofern glaube ich, dass die europäische Industrie zumindest in Teilen durchaus wettbewerbsfähig ist. Aber sie muss sich fragen, wie positioniere ich mich in der Zulieferkette? Jetzt ist ja aber auch Siemens ausgestiegen aus dem Solarmarkt. Welche Bedeutung hat das für den europäischen Markt? Ja, Siemens hat heute angekündigt, keinen Käufer für die Solarthermie-Sparte gefunden zu haben. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz überraschend. Die Solarthermie hat gelitten in den letzten zwei Jahren auch unter dem Preisverfall der Solarmodule und der Solarsysteme, sprich Photovoltaik-Systeme. Insofern nicht ganz überraschend. Es tut natürlich weh, wenn sich ein so bekannter und wichtiger Industrie-Spieler wie Siemens jetzt aus der Branche verabschiedet. Ja, das tut weh und wir werden sehen, wie sich das in Zukunft verhält. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, Herr Wicht. Welche Technologie halten Sie dann für wichtiger, zukunftsfähiger? Ist es eher die Photovoltaik oder doch die Solarthermie? Also bis vor, sagen wir mal, zwei Jahren war das Rennen ziemlich offen. Die Solarthermie hat den Vorteil, dass sie quasi ähnlich wie große Kraftwerksparks funktionieren und insofern in die traditionelle Landschaft der Energieerzeuger sehr gut reinpasst. Sie braucht allerdings besondere Solarsonnenbedingungen. Die gibt es nicht überall auf der Welt. Was jetzt passiert ist, und das war natürlich nicht vorherzusehen, ist, dass die Kosten und die Preise für Photovoltaik-Systeme sehr, sehr viel schneller gefallen sind, als die Solarthermie es gleichtun konnte. Und damit ist im Moment die Solarthermie im Rückstand. Heißt aber nicht, dass sie in manchen Gegenden unter Gewissen, unter den auch den lokalen Netzbedingungen durchaus Sinn macht. Und in dem Sinn glaube ich, dass diese beiden Technologien weiter bestehen. Allerdings im Moment ist die Photovoltaik tatsächlich die Autobahn und die Solarthermie eher die Landstraße. Nochmal ganz kurz der Blick auf die Einzelwerte. Welche könnte man sich denn jetzt noch ins Depot holen? Es ist nicht meine Aufgabe, einzelne Solarwerte zu empfehlen. Was ich grundsätzlich sehe am Markt ist, dass natürlich für die Produktionsfirmen, sprich vom Silizium bis zum Modul im Moment, die Werte der Firmen relativ günstig sind. Das heißt, wer glaubt, und dazu gehöre ich auch, dass die Solarindustrie eine Zukunft hat, der wird auch immer Module brauchen. Insofern ist es sicherlich der Einstiegszeitpunkt nicht schlecht. Das sind doch schon mal deutliche Worte, Dr. Henning Emwig. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Gerne. Und das war es schon wieder für heute. Das komplette Interview gibt es natürlich auch online auf unserer Internetseite unter drf.fm. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.